ja jetzt willkommen zu einem neuen spiel auf meinem kanal f1 20 21 und wir wollen uns heute mal breaking point angucken mit ray tracing ist alles aktiviert racing racing qualität ultra hoch schatten und spiegelungen an und was ihr noch einstellen könnt ist hier im video modus hierbei an die leising könnt ihr nämlich hier durchschalten zwischen tata und fx und halt auch die lss so dann legen wir mal los vielen dank auf jeden fall an code masters und electronic arts also sports für die bereitstellung und wir legen jetzt direkt los und fangen mit breaking point an ich habe schon mal einmal ein bisschen reinguckt ich würde jetzt hier neu machen also ich habe ich jetzt mit normalen schwierigkeitsgrad und jetzt fangen wir mal auf herausfordernd an immer hier williams racing als erstes hatte ich erst alpha tauri gehabt wie gesagt die charaktere bleiben gleich ist das erste mal jetzt richtig mit einer kampagne die sogar sehr umfangreich auch ist es gibt etliche events die man fahren kann ist alles auch mit schönen zwischen sequenzen interviews wo man selber entscheiden kann und hier kann man jetzt quasi alles einstellen zum beispiel mit ers und ds also hilfe kann man dann zum beispiel ausstellen da muss man das halt selber nutzen also selber die taste drücken und gibt es noch boxen stop assistent getriebe die fahrlinie traktionskontrolle brems assistent kann man auf jeden fall ausmachen wenn man will ich noch mal niedrig niedrig lenker assistent aus und fahrtalent ist jetzt benutzer definiert mehr mal gucken probieren wir erstmal aus und hier simulationseinstellungen habe ich jetzt oberfläche hat realistisch rennbeginn unterstützt weil ansonsten muss man halt immer die kupplung drücken um dann halt zu starten gut dann legen wir mal los rennstil standard und los geht's jetzt sind wir noch am anfang der formel 2 habe es jetzt auch auf meine m2 restplatte installiert also bisher gab es nur drei tracing keine probleme lief alles sehr sehr stabil ja das hätte zwischen sequenz die fahrer sind unglaublich aggressiv sehen sie sich das an jetzt kann hier wirklich jeder den druck spüren haben vor allem der junge aiden jackson von genau so ist es im fahrerlager gibt es gerüchte dass jackson eine zukunft in der formel 1 haben könnte es sind nur noch wenige runden zu fahren und noch ist alles offen was für eine spannungsgeladene atmosphäre hier in ab und da kann es einen besseren abschluss für diese formel 2 saison geben ja wie gesagt die ganze also die die also sind nicht alle rennen mit drin ist eine verkürzte saison so ich bin gespannt jetzt bin gespannt sie sind nämlich auch drs und alles nämlich selbst selbstständig nutzen ob man die erste zone kommt so ein bisschen abseits der gute so als größer ich gleich die erste zone kommen aber weil sie müssen das jetzt eigentlich nutzen können jetzt platz 4 ja man rutscht ja auch leicht so ein bisschen weg wenn man über die banden so ein bisschen ich muss mal gucken wie sagt das jetzt auch mal komplett raytracing an also so stark wie in allen spielen sehe ich das mit dem raytracing hier noch nicht und gleich wieder die eine zone so leicht auskommen so jetzt können wir den schweig überholen wie gesagt man merkt es halt sofort jetzt bei dem teil auch wenn man ja auf die bande also auf die curves kommt wie gesagt man merkt es halt sofort jetzt bei dem teil auch wenn man ja auf die bande also auf die curves kommt so und jetzt mal gucken jetzt haben wir gleich die drs zone mal jetzt einfach ja ich sehe es jetzt noch nicht ja das ist jetzt die franzplandkraft ich glaube das waren die tasse und lb ich will kein boxen stop machen die weg oh noch mal schnell zur wiederholung machen genau mit mitte also ihr könnt halt wenn ihr hier select drückt wie gesagt wenn ihr jetzt mit das hat gespielt ist halt eine andere taste und könnt ihr hier die wiederholung machen rückblender naja zwei runden noch kann auch sein dass es jetzt hier noch gar kein drs gibt in der formel 2 wenn wir nachher mal sehen wir in der formel 1 sind das ist deine letzte runde die letzte runde des rennens sonst hat er bei der formel 1 hat er nämlich mal so eine batterie da angezeigt und die steht jetzt hier gar nicht aber ich glaube besser als platz drei wären wir jetzt nicht äh platz vier aber jetzt werdet ihr das gleich mal sehen wie das jetzt mit der story ist das ist komplett solo die story aber es gibt jetzt auch zum beispiel eine neuerung man kann jetzt die karriere also diese normale karriere die ihr auch von früher schon kennt wo man komplett halt die ganze saison spielt die kann man jetzt auch im koop spielen ja 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 ich glaube platz vier besser wird das hier nicht und sehen wie das denn der formel 1 ist also auch normal also auf dem ersten schwierigkeitsgrad mit denen mit denen gesagt mit den hülfen die ich da auch jetzt ausgemacht habe da war ich eigentlich also besser war ich zu einfach muss ich sagen wo jetzt überholt auch ein ziel ich warte mal noch mal zurück dann ist noch mal zurück da haben sie überholt da ist direkt hinter uns hier ich glaube wir verlieren hier ein bisschen zeit was jetzt was jetzt was jetzt los die werden fehlgeschlagen du hast das hier nicht erreicht wir sollten wir dritter werden oder was oh gott ich glaube wir sollten dritter werden oder jetzt geht es ja von vorne los oder was das ist gar nicht so einfach ich guck mal gerade ich guck mal gerade aber ich glaube man kann es doch nicht benutzen ich guck gerade mal ähm rastatur ja animationshilfen kamera anpassung ja steuerung gehe ich mal auf xbox controller arbeiten jetzt bin ich mal gespannt y ist das siehste y aber um eine steuerung zu belegen wieso steht da jetzt ein ausruhe zeichen diese taste ist bereits belegt mit boxen begrenzt was hat das denn wieso ist die taste jetzt mit boxen begrenzt herbelegt was ist das denn mit quatsch boxen begrenzer was ist mit boxen begrenzer und was ist das denn dann müssen wir das hier lösen so machen wir einfach nicht zugewiesen boxen begrenzer brauche ich jetzt nicht boxen begrenzer brauche ich nicht hoch und runter schalten ist auch hier doppelt belegt ist das denn auf weg legen hier hoch schalten brauche ich jetzt erstmal auch nicht hier ist die kupplung ja das können wir auf jeden fall machen dann können wir das nämlich auch einstellen mal drs so was ist mit ers er ist nicht belegt oder was oder ist ers und der ist das gleiche y ist das jetzt ers sehe ich hier gar nicht wahrscheinlich das gleiche wahrscheinlich die gleiche steuerung okay so haben wir y jetzt okay speichern ach geht nicht mehr als neu speichern so dann probieren wir es jetzt nochmal bin ich mal gespannt müsste ja in den zonen auf jeden fall gehen da dreht er schon mal direkt durch ich glaube wir sollen wirklich dritter werden ich bin gespannt ob ich das jetzt nutzen kann er nutzt es aber nicht oder ob das kann man hier noch gar nicht nutzen ich drücke jetzt gerade y passiert aber nix das geht hier glaube ich in der formel 2 noch nicht dann müssen glaube ich wirklich mindestens dritter werden also er ist ja glaube ich wird schwierig aber dritter und nur noch schaffen hier ist nachzügler ja der zählt ähnlich müssen unbedingt dritter werden und das wird schwierig ich weiß jetzt auch nicht welchen welchen rennster er jetzt wie schwer die kai jetzt ist scheint auf jeden fall deutlich stärker zu sein als auf dem ersten spiel da ist nämlich auch nicht ebenso 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 Wir müssen nur wieder rankommen. Jetzt haben wir uns ein bisschen berührt. So, jetzt müssen wir vorbeiziehen. Komm, vorbeiziehen. Vorbeiziehen! Hier kommt ich an den Rang, ey. Kann nichts, kann kein DHS machen, ey. Doch jetzt. Jetzt, habe ich doch gemacht. Habe ich doch gemacht. Komm, vorbei. Jetzt gab es DHS. Das war jetzt auch sogar ein... Deswegen, er hat sie mich vorher nicht angezeigt. Weil, ähm... So jetzt zum Beispiel, ne? War das nicht eben DHS-Zone? Weil, weil, weil das vorher nicht eingestellt war. Weil die Taste da doppelt belegt war auf dem Xbox-Controller. Also gucken, ob wir das nochmal schaffen mit dem Platz 2. Ja, der holt wieder auf. Den hat sie noch ein bisschen raus. Ja, der kommt aber, der ist hinter uns. Der könnte uns wieder überholen. Das leuchtet auf jeden Fall auf, denn wenn... Jetzt wo wir es eingestellt haben. Also denkt dran, Leute. Wenn ihr mit Controller spielen wollt, stellt das auf jeden Fall vor ein. Jetzt kommt, glaube ich, nochmal so eine Zone. Glaube ich, oder? Hallo, hau ab, hau ab. Oh, hör mal, das gibt's doch nicht hier mit ihm her. Komm, geh weg, Alter. So ein Platz 2. Geht auf jeden Fall heiß her hier, ne? Formel 2. Ist das die letzte Runde schon? Oh Gott. Oh Gott. Oh, jetzt haben wir DRS, ne? Jetzt kommt, glaube ich, DRS. Müsstest gleich aufleuchten. Na, leuchte auf. Kannst jetzt nicht nutzen. Was war denn ERS zum Überholen, wahrscheinlich? Okay. Das können wir uns aber noch nicht nutzen. Komm, das müssen wir jetzt schaffen. Wenigstens Platz 2. Weiß nicht, ob wir überhaupt erster werden müssen. Oder ob Platz 2 halt auch reicht. Bei Platte 1 ist auf jeden Fall nochmal ein gutes Stück weg. Platz 1 zu schaffen, auf dem Schwierigkeitsgrad. Da muss man wohl schon sehr, sehr gut die Strecke kennen. Einsteiger dann auf jeden Fall nicht so zu empfehlen. Der Schwierigkeitsgrad. Ne, ich glaube Platz 2. Ne, ist wieder falsch. Wiesst du, wir müssen Platz 1 werden. Lol. Leute. Wir müssen Platz 1 werden. Ich kriege die Krise. Puh. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Also Platz 1 ist, äh. Oha. Jetzt muss ich mal gucken. Also wie gesagt, Prolog herausfordernd. Also das ist dann schon, so für Einsteiger, schon ein bisschen schwieriger, ne? Guck mal gerade. Ich lösche das mal. Dann wird den nochmal neu. Ich mach mal normal. Und dann nämlich aber trotzdem, das mit dem, ähm, ist trotzdem Benutzer definiert, ne? Das ist halt Fahrtalent. Aha, okay. Siehst du, guck mal. Erfahren. Macht er das hier zum Beispiel. Da hat er trotzdem die ERS und die DRS-Hilfe aus. Boxenstopp-Assistent an. Traktionskontrolle komplett. Antiblockiersystem. Bremsassistent, Lenkassistent. Ah, so stellt er das denn ein. Okay. Mach das mal aus. Das lass ich alles. Ja, mehr hatte ich ja auch nicht gehabt hier, ne? Der Rest war ja so. Weil da müssen wir wirklich... Müssen wir wirklich... Er hat jetzt wieder Standard genommen, ne? Das ist mir halt zu schwer, muss ich ehrlich sagen. Jetzt hat er aber auch Rennstil Standard. Das kann er jetzt nicht nur daran liegen. Das ist an, komplett. Gut, fangen wir nochmal an. Gucken wir mal, ob wir es jetzt schaffen. Bin gespannt. Normalerweise sind jetzt halt die Gegner auch einfacher zu überholen. Was können wir nochmal überspringen? Ich war jetzt mir mal gespannt. Aber wie gesagt, also auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad ohne extra Einstellungen war das sowas von easy. Da überholt man die total easy auch. Guck mal, die Gegner sind da jetzt schon schwächer. Hör doch mal auf. Die sind da jetzt schon schwächer. Die überhole ich doch jetzt schon hier. Wisse, da sind die Gegner jetzt deutlich schwächer jetzt. Also es hat damit doch dann was zu tun, ne? Ja, okay. Das war jetzt blöd. Und schon sind wir erst. So schnell geht das. Das war ein Unterschied. Das war ein Unterschied. Also wie gesagt, wenn ihr mit der... Mit dem, äh, mit der F1 Vertrautheit und mit Fahrsimulationen könnt ihr auf jeden Fall, ähm, den herausfordernden Schwierigkeitsgrad nehmen. Oder ihr traut euch noch mehr zu. Zum Beispiel. Könnt ihr natürlich auch den höchsten Schwierigkeitsgrad nehmen. Und der zieht jetzt rüber. Geht's hin nach rechts. Aber so ist es halt. Finde ich. Also ich finde, jetzt ist es schon wieder ein bisschen zu einfach, ne? Muss ich mal so sagen. Jetzt finde ich es halt zu einfach. Ich finde jetzt auch, man, man bricht jetzt auch nicht mehr so schnell weg, sag ich jetzt mal. Vorhin zum Beispiel, wenn man auf den Curves ein bisschen Gas gegeben hat, ist man halt schon direkt... Ach doch, ein bisschen, na, ein bisschen zieht's noch, ja. Ein bisschen zieht's noch weg, ja. Aber die Gegner sind halt tausendmal einfacher. Ach, da vorne ist der Erste, siehst du, den müssen wir noch einholen. Den müssen wir noch kriegen. Aber ihr seht schon, die Gegner, die sind nicht mehr so aggressiv oder so gut. Kann man jetzt easy überholen hier. Und wir haben ja noch zwei Runden. Beziehungsweise zweieinhalb noch. Entschuldigung, so wer ist der? Oh! Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 30,2 Sekunden. Achso, wir sind jetzt Giotto oder was? Nee. Wir sind Jackson. Genau, wir sind Jackson. Weil er das jetzt gerade gelb anzeigt, das ist glaube ich nur die beste Rundenzeit der Giotto. Das ist ein Nachzügler, da kommt Fahrer beiseite. Boah! Jetzt ist, jetzt ist auf jeden Fall, das war jetzt gerade mit DRS. Oder ja, da ist... Das? Oh, jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Jetzt überholen wir erstmal die ganzen Nachtfittler hier. Also erinnert sich auf jeden Fall auch der KI-Schwierigkeitsgrad. Wenn man jetzt von Gelegenheit auf herausfordernd und dann halt auf Profi oder so geht. So, letzte Runde jetzt. Oh ja, jetzt ist easy, ne? Guck mal, jetzt haben wir schon 12. Das ist halt wieder zu einfach jetzt, ne? Schade, dass man dazwischen vielleicht noch einen hätte. Das wäre schon besser gewesen. Weil einen besser konnte ich auf jeden Fall fahren. Ja. 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 Und wir machen auch immer wieder Sekunden gut jetzt, ne? Dann waren wir bei 11 Sekunden, jetzt haben wir schon 15 Sekunden Vorsprung. Mal sehen, ob er jetzt wieder... Jetzt bricht er nicht auf, weil wir jetzt erster sind wahrscheinlich. Geschafft. Junge, Junge, Junge. Oh, fantastisch Aiden. Tolles Rennen. Gratuliere. Ja, geschafft! Und das war's. Wow! Jackson hat's geschafft. Aiden Jackson gewinnt die Meisterschaft. Was für ein Sieg für Jackson. Was für ein Sieg. Und niemand hätte es mehr verdient. Großartiges Ergebnis. Er hatte mal verraten, dass es sein Traum ist, eines Tages in der Formel 1 für Mercedes zu fahren. Hoffen wir, dass die richtigen Leute heute zugeschaut haben. Und hier ist der. Der Mann der Stunde. Aiden Jackson. Ein großartiges Rennen und ein fantastischer Erfolg für diesen unglaublichen Fahrer. So ist es. Nach dieser Leistung wird es garantiert mehrere Formel 1 Teams geben, bei denen Aiden Jackson das Gesprächsthema sein wird. Dieser Junge hat eine glänzende Zukunft vor sich. Ja, wie gesagt, dadurch haben wir zum Beispiel rausgefunden, dass wir im ersten Rennen auf jeden Fall erster sein müssen. In den anderen Rennen, klar jetzt in der Formel 1, da kann man auch mal, also da ist ja klar, dass man nicht erster, sag ich mal jetzt, in jedem Rennen sein muss. Funktioniert ja gar nicht, als Aufsteiger. Aiden, Sie haben den Sprung in die Formel 1 geschafft, was niemanden überrascht, der ihre Karriere verfolgt hat. Jetzt steht das erste Formel 1 Rennen für Sie an und ich möchte Sie fragen, wie fühlt sich das an? Ehrlich gesagt, Will, habe ich das noch nicht so richtig verarbeiten können. Das Team gibt mir hier wirklich eine fantastische Chance. Es ist eine tolle Gelegenheit, ein wahrer Traum. Also, meine Antwort ist, ich fühle mich wie ein kleines Kind. Ich sehe mich um und bin täglich von meinen Helden umgeben. Da musste ich mich schon ein, zwei Mal kneifen. Also, ja, es ist überwältigend. Aber auf der Strecke, mit dem Tempo, dem Lärm und dem Geruch ist alles beim Alten. Hoffentlich auch meine Performance. Und was sagen Sie zu Kaspar Ackermann? Fühlen Sie sich ein bisschen eingeschüchtert, einen so erfahrenen Teamkollegen zu haben? Immerhin ist das Ihre erste Saison hier in der Formel 1. Was sagen Sie? Wie stehen Sie beide zueinander? Ich habe Kaspar immer bewundert und ihn als Vorbild betrachtet. Die Wände in meinem Kinderzimmer waren tapeziert mit seinen Postern. Mein Traum war immer so zu sein wie Kaspar. Aber stattdessen fahre ich jetzt an seiner Seite. Das ist auch nicht schlecht. Ich lerne von dem Besten. Außerdem muss ja jeder mal klein anfangen, nicht wahr? Aiden, wie reagieren Sie darauf, dass Sie mit einem anderen Formel 1-Piloten verglichen werden, was ja ziemlich auf der Hand liegt? Er ist in der letzten Saison wie Sie jetzt von der Formel 2 in die Formel 1 aufgestiegen. Was sagen Sie zu der Presse und zu den Fans, die Sie als den neuen Devin Butler bezeichnen? Den neuen Devin Butler. Das ist okay. Den alten brauchen wir nicht mehr. Du machst einen guten Eindruck. Sie mögen dich. Deine Sorgen waren umsonst. Danke. Das wird heute ganz bestimmt gut laufen. Ich weiß es. Mach einfach das gleiche wie in F2. Kinderspielen. Danke, Brian. Ich gebe mein Bestes. Na los, Aiden. Du schaffst das. Das ist echt schon cool gemacht. So was gab es halt bisher so in der Form und in dem Umfang. Gab es so was halt bei F1, also bei dem Formel 1-Spiel noch gar nicht. Ihr seht hier auch, wir sind jetzt Formel 1. 2020 ist jetzt die Saison. Schließlich der Start an der Brandmann-Saison. Genau, 2020. Hier sehen wir nochmal so ein paar Social-Media-Posts, E-Mails. Kann man hier durchlesen. Brian ruft schon wieder an. Hallo? Aiden, bist du in deinem Zimmer? Ja, Brian. Gut. Sieh dich mal um. Ich hoffe, es gefällt dir. Du solltest da alles haben, was du brauchst. Nachrichten, Social-Media. Du hast zu allem Zugang. Aber tu mir einen Gefallen, ja? Was denn? Vergiss nicht, deine E-Mails zu kontrollieren. Ich glaube, da ist eine Nachricht für dich. Alles klar. Danke, Brian. Lass es ruhig angehen. Wenn du alles erledigt hast, dann sehen wir uns vor dem Rennen. Ja, gut. Hier zum Beispiel ist jetzt eine Nachricht drin von Simon Roberts. Wochenend-Vorschau und Kasper Ackermann. Aiden, du hast dein Papierkram in der Garage liegen lassen, also habe ich. Kannst du später bedanken. Viel Glück auf der Strecke. Hallo? Hallo, Aiden. Geht's dir gut? Ja, Mom. Alles okay. Ich mach mich gerade startklar. Ich hab dein Interview gesehen. Und? Du solltest mal zum Friseur gehen. Ah, okay. Äh... Danke. Aber abgesehen davon warst du großartig. Ich bin so stolz auf dich, Aiden. Ich weiß, Mom. Danke. Ach, ich wünschte nur, ich könnte dabei sein. Du hast so viel für all das getan. Ja, ich weiß. Du wirst ja beim nächsten Mal dabei sein. Mach einfach, was du immer machst und alles wird gut. Danke, Mom. Und denk daran. Rückspiegel, blinken und immer die Geschwindigkeitsbegrenzung beachten. Hm, toller Tipp. Nicht mehr dran denken. Natürlich. Wir reden später. Viel Glück. Bye. So. Und jetzt kann man hier sich noch eine Belohnung abholen. Zum Beispiel. Ah, jetzt ist es schon weg. Und hier könnte man jetzt... Hier ist nochmal die Anrufliste. Und hier könnte man dann jetzt zum Rennen gehen. Gut. Das sollte es erstmal gewesen sein. Eigentlich wollte ich euch noch ein bisschen mehr zeigen. Aber ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass der zweite Schwierigkeitsgrad dann halt doch schon, äh... Ja, für mich halt dann schon ein bisschen schwerer ist, da Platz 1 zu werden in dem ersten Rennen. Ist auf jeden Fall ziemlich, äh, krass gewesen. Aber, äh, wir gucken uns auf jeden Fall noch weitere Rennen an in der nächsten Folge. Vielen Dank erstmal fürs Einschalten und dann euch noch eine schöne Woche. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020